Hallo Leute, herzlich willkommen auf den neuen StandoGaming und heute ist das Spiel gemacht, wie ihr hier sehen könnt, montiert es. Ist etwas lange her, dass ich hier das Video, äh, dass ich das Video, genau, dass ich das Spiel, äh, glaube ich, gespielt habe. Ich weiß gar nicht wann. Ähm, achso, ne, die Bestellung habe ich, glaube ich, schon gemacht, deswegen haben wir auch nur noch 208 und 20 Euro. Ähm, wir gehen auf jeden Fall in den nächsten Tag hin. Boah, Junge, ist das Geld. Äh, Junge, ist das Geld. Junge, ist das laut, meine ich. So, da sind wir auch drin. Da müsste gleich sogar auch, ähm, ja, da kommt dieser Kletboote. Kommt da jetzt zwei? Oh, ne. Dann packen wir mal aus. Auspacken, auspacken, auspacken. Das Geld hat leider nicht mehr ganz gereicht, deswegen konnte ich nicht mehr alles draufpacken. Titel hinzufügen. Titel hinzufügen. So. Junge, warum leckt diese Scheiße denn? Ding, ding. Warum, warum klingelt sie die ganze Zeit und laufen aber wieder raus? Kommen Sie zurück, bitte. Ich muss kurz was trinken, Leute, tut mir leid. Aber ich habe irgendwas im Mund. Boah. Was nicht gut ist. Boah. Kommen Sie bei mir rein, bitte. Oh, zwei neue Gäste. In diesem Laden, nee, ist dieser Laden, äh, braun, hopps. Äh, ja. Ja, ja, gut. Thank you. Oh, sie kommt rein. Sie kommt sogar rein. Auch wenn sie, 116. Und, keine Ahnung, habe ich gesehen. Ja, sehr interessant. Okay. Ah. Oh, da ist ja jemand. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Und, der kauft. Ding, ding. Hat er auch gekauft? Ja. 14, ey. Jetzt habe ich den gekauft, Alter. 14, ja. Da hatten wir mal das Gespräch. Ey. Die Tür geht auch einmal zu. Oh. Ich habe aus Versehen direkt da drauf gedrückt. War jetzt ein Versehen. Aber, die kaufen schon. Tipp, 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 tipp. Auch nochmal 14, nur. Ja, ich komme auch mal zu dir. Also, beim ersten hat es auf jeden Fall geklappt. Erfolg. Oh. Thank you. Oh. Oh. Die hat direkt aber grün gezeigt hier. Ja, dann gucken Sie mal hier rum, würde ich sagen. Warum sind die alle... Diese kleine 31er-Rin. Geht die einfach? Oh, ich habe ja hinten noch was drin, merke ich gerade. Genau. Ausruhen. Auspacken. So. Packen wir das da Ganze doch mal aus. Ja, der Lager ist schon wieder voll, muss ich sagen. Hey, ein bisschen Hilfe. Ja, du kriegst Hilfe. Wie können wir sie über ihren Sortiment sagen? Äh, du bist ein Mann. Männer-T-Shirts. Äh, nee, nicht Männer-Hosen. Ja. Wenn es das perfekte Angebot auftaucht, könnte ich es kaufen. Alles klar. Verbessern Sie die Zufriedenheit mit Ihrer Kunden. Oh, der hat alles grün. Thanks. Ja, bitte sehr. Kaufen Sie gerne bei uns ein. Das ist der neue Stunt-O-Laden, der ist noch nicht so lange dort. Hey, have a minute. Der geht einfach, dieser... Also, ich kann es hier leider im Video nicht sagen. Verkaufsbeginn, ja. Vielleicht funktioniert es, ja. Thank you. Ja, a little help. Okay, geh mal aufhören, mir die ganze Zeit... Ja, meiner... Ja... Freude bringt meistens sehr viel. Ich komme da fort. Danke, bitte. Das funktioniert halt echt. Ich habe einfach einen neuen Trick gefunden. Okay, ich habe einfach einen neuen Trick gefunden. Da haben wir direkt wieder zwei. Ja, 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 ja. Ich sehe, wie man das sieht ja aus, als würde er ein bisschen, ähm, 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 Geschlechts... ähm, Dingsbums haben. Nichts gegen diese Person, aber die sieht ein bisschen danach aus. Ah, ja, du kaufst was. Komm her. Ich bin doch schon da. Bam. Jetzt kann ich das hier eben aufhören. Warum kaufen die alle nur Männersachen? Wann das versteht? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hm, ja. Bisschen Freude in ihr leben? Ich glaube nicht. Das bleibt unter uns. Bleiben Sie doch jetzt freundlicher. Danke für Ihre Hilfe. Ach, gehen Sie weg aus dem Laden. Tschüss. Apisen Sie sich hier aus meinem scheiß Laden. Äh, guten Laden. Gehen Sie weg hier. Sie grünhaarige... Ja, ja. Da ist ein Blatt. Also, nur an der Tür rumstehen hier und gucken, was hier drin ist, hilft dir nicht. Du musst schon irgendwie nur in den Laden reingehen und was kaufen, ne? Du blauer Mann. Ja, jetzt ist auch noch der Tag beendet. Geh dich. Geh dich begraben. Dein eigenem Grab hier. Also seid jetzt links, Bruder, irgendwie, weil ihr beides gleich... Egal. Ja. Also, das ist hier zu Ende. Was soll man hier machen? Tag welten. Ja. Leider ist der Tag so schnell wieder leer. Äh, nicht leer. Ich meinte weg. Können wir mal gucken, was wir so ein neues Co kaufen können. Bestellung. Ähm, Artikel finden. Herrenbekleidung, Schuhe. Lässig. Ui. Die Sandaletten. Natürlich auch noch mal in weiß. Das soll ja hier nicht rassistisch sein. Und braun natürlich auch, weil auch viele Leute so sind. Das soll nicht rassistisch sein. Deswegen bestell ich erstmal, ähm, aller Farben. So. Ich bin doch kein Rassist hier. Ähm, erstmal kurz speichern. Ja. So, das Spiel wird einmal gespeichert. Wir können ja hier mal gucken. Wir haben 27 Euro Gewinn gemacht. Wow. Muss ich sagen, ist einfach ein nicees Ding. So. Können mal gucken. Also so 15 Uhr sind die meisten ja da. Wir machen auf jeden Fall schon um 8 Uhr auf. Und arbeiten bis 18 Uhr. Das gleiche natürlich auch hier. Und hier. Ähm, so. Freitag. Auch natürlich. Zack. Samstag. Auch. Und Sonntag. Ähm, auch. Aber da haben wir erst um 9 Uhr und nur bis 17 Uhr offen, würde ich sagen. Ja. Boom. Haben wir das auch getan. Ähm, und da würde ich auch schon sagen, was ist das mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server bei DS unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aus Rhein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Ciao, ciao.